VOX EES zeigt den Energy Cube, eine stapelbare Designbatterie mit modularem Aufbau. In Kombination mit dem Hybridwechselrichter ergibt sich so ein sehr flexibles System. Hallo und willkommen auf der EES 2022 hier in München. Wir sind auf dem Stand von VOX ESS. Bei uns ist der Geschäftsführer, der Philipp Leclerc. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag, vielen Dank für die Einführung. Sie sind ein internationales Unternehmen mit Headquarter in China und wollen jetzt in den deutschen Batteriemarkt einsteigen. Welche Innovationen zeigen Sie und was unterscheidet Ihre Lösung von den ganzen anderen Herstellern hier? Vielen Dank für die Frage. Eine berechtigte Frage, denn es gibt sehr viele Hersteller am Markt, aber dazu muss ich Ihnen eine kurze Übersicht zum Unternehmen geben. Denn grundsätzlich ist die VOX ESS Teil der Zingschang-Gruppe, der weltweit größte Edelstahl- und Nickelproduzent, der auch zugleich Kobalt, Mangan und die viertgrößte Lithiummine weltweit betreibt. Das Unternehmen ist innerhalb der letzten vier Jahre zum viertfünftgrößten Batteriehersteller Asiens aufgestiegen, natürlich verstärkt im Automobilbereich. Und durch die VOX ESS haben wir auch das Bindeglied für die Herstellung im eigenen Hause von Wechselrichtern, Batteriewechselrichtern inklusive des kompletten Energiespeichersystems, so wie wir es hier im Hintergrund sehen können. Somit ist der grundlegende Unterschied von USP, dass wir das einzige Unternehmen am Markt sind, das wirklich die komplette Wertschöpfungskette kontrolliert und hier auch die Qualität vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt garantieren kann, sowie Verfügbarkeit und Planbarkeit, während wir Kostenstabilität zu hohem Qualitätsniveau unseren Kunden bieten können. Zu Neuheiten als solches ist zu sagen, dass die VOX ESS unseren dreiphasigen Hybridwechselrichter hier auf der Intersolar vorstellt, zusammen mit unserem Energy Cube, der in zwei Größen erhältlich ist. Zum einen der Energy Cube 2900 oder der Energy Cube 4100. Hier haben wir jeweils respektiv 2,88 oder 4,03 Kilowattstunden, können bis zu sieben Module kombinieren. Besonderheit ist hierbei, wir haben ein Master-Modul und bauen darunter Slave-Module. Das Master-Modul beinhaltet ein BMS mit eigenem Kühlsystem, unerdenklichen Sicherheitsfeatures und einem ausgeklügelten Kühlkonzept, sodass wir auch beste Performance und Langlebigkeit garantieren können. Zu unseren dreiphasigen Hybridwechselrichtern ist zu sagen, vorweg, alle unsere Geräte haben ein Display. Somit sind sie leicht zu bedienen und ihn zu betrieb nehmen, entweder über die App, die Cloud oder das Display. Darüber hinaus hat keines unserer Geräte ein D-Rating vor 45 Grad. Wir haben höchsten Wert auf die Komponenten gelegt, denn Aluminium ist nicht Aluminium. Und somit haben wir hier wirklich die höchste Wärmeleitfähigkeit, die wir erzeugen konnten im Produkt, dadurch weniger Stress auf den Komponenten, höhere Lebensdauer und natürlich bessere Performance. Besonders bei unseren dreiphasigen Hybridgeräten ist, dass sie notstromfähig sind, echten dreiphasigen Notstrom haben. Sie können Schieflast bis zu 30 Prozent. Sie sind schwarztatfähig, wenn man an das Unglück im Ahrtal denkt. Somit, wenn die Sonne scheint, die Batterien leer sind, startet das System automatisch und fängt wieder an, den Energiebedarf im Haus zu decken und danach die Batterie zu laden. Darüber hinaus können Sie bis zu zehn Geräte parallel schalten, was dem Installateur und dem Kunden volle Flexibilität bietet, vom Einfamilienhaus bis in den industriellen Bereich. Somit können wir Speichersysteme bis zu 282 Kilowattstunden Stand heute bauen. Wichtig ist jedoch auch anzumerken, Sie haben zehn Jahre Garantie serienmäßig auf unsere Hybridgeräte und natürlich zehn Jahre Garantie auf unsere Batterien. Auch hier unterscheiden wir uns, denn andere Hersteller bieten eine Zeitwert-Ersatzgarantie, während sie bei der Fox ESS eine Vollersatzgarantie haben. Wir arbeiten lediglich mit prismatischen Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die Stand heute die höchste Sicherheit, beste Performance über die komplette Lebensdauer bieten und eigentlich das Maß der Dinge sind. Zum Wechselrichter ist zu sagen, dass wir nur die hochwertigsten Komponenten verbauen von den qualitativen Marktführern weltweit. Ja, vielen Dank, Herr Leclerc, für diesen Überblick und für die Einsicht in Ihr Portfolio. Das klingt wirklich nach Qualitätskomponenten von europäischer Herkunft. Haben Sie noch weitere Lösungen in Ihrem Portfolio? Selbstverständlich. Und zwar eine außerordentlich ästhetische, platzsparende Lösung. Unsere All-in-One-Lösung. Diese können Sie alternativ mit einem Batteriewechselrichter, einem einphasigen Hybrid oder einem dreiphasigen Hybrid erhalten. Hier haben wir eine Plug-and-Play-Lösung, die bereits auch alle Sicherungen netzseitig, batterieseitig und notstromseitig beinhaltet. Wie Sie sehen können, ist es ein schlankes Kabinett, als solches feine Rundungen überall hinzusetzen. Wir haben hier zwei Türen, in die wir jeweils vier Batteriemodule hineinsetzen können. Somit haben diese Speichersysteme bis zu 10,4 Kilowattstunden. Auch hier nutzen wir selbstverständlich wieder die prismatischen Lithiumzellen. Und besonders ist auch hierbei anzumerken, die Geräte haben auch selbstverständlich einen echten dreiphasigen Notstrom. Die einphasigen Hybride haben auch selbstverständlich eine Umschaltzeit mit geringer 20 Millisekunden. Und wir haben heute definitiv einen Markt für Plug-and-Play-Lösungen. Nicht nur bei den Häuslbauern, sondern auch bei den Bauunternehmen. Dieses vereinfacht die Tagesabwicklung und das Tagesgeschäft für viele Betriebe. Denn hier hat man ein universelles Produkt, was man täglich verwenden kann. Eine wichtige Frage ist, wo bekommt man Ihr Produkt? Und gibt es bei Ihnen Lieferzeiten? Die Engpässe sind ja ein Thema momentan oder haben Sie damit nicht zu kämpfen? Also generell muss man ja nochmal anmerken, bei uns haben Sie nicht nur wirklich einen echten Garantieansprechpartner, der Inhouse alles fertigt. Natürlich können wir auch Verfügbarkeit bieten. Wenn unsere Partner dazu in der Lage sind, mit Forecast zu arbeiten, uns Planungssicherheit zu geben, so können wir auch die Mengen bereitstellen und die Kundenbedarf und Nachfragen auch zufriedenstellen. Stand heute arbeiten wir mit diversen Großhändlern in Deutschland zusammen, wie zum Beispiel der Firma Tritec, ReteSol, PrimeSolar, die Firma E-Technik oder auch noch ein, zwei andere, mit denen wir aktuell in Gesprächen sind, wie zum Beispiel die Firma Akkusis in Hamburg, die auch bereits unsere Produkte am Lager haben. Vielen Dank, Herr Leclerc, für diesen Einblick. Ein neuer Player im Markt mit einem ganz großen Portfolio. Wer sich jetzt weiter informieren möchte, geht auf die Webseite der Firma, die hier eingeblendet ist. Vielen Dank, Herr Leclerc. Vielen Dank. Vielen Dank.